Wasserdicht und rundum reflektierend, das sind die wesentlichen Merkmale des O-Bags, das von Ortlieb gefertigt wird. Hier entfällt auch der prompten Gepäckrahmen, da die Aufhängevorrichtung direkt an der Tasche angebracht ist. Das O-Bag fasst 20 Liter und verfügt über ein sehr großes und gepolstertes Notebookfach. Auch 17 Zoll Geräte bringt man hier unter. Weiters ist ein abnehmbares Band für Schlüssel etc. vorhanden. An der vorderen Innenseite öffnet man per Reißverschluss ein Extrafach, das zweigeteilt ist. Weiters gibt es auch kleinere offene Fächer sowie Stifthalterungen. Sicherheit bis ins Detail, auch der Tragegriff ist mit Reflektoren versehen. Der Umhängegurt kann leicht abgenommen werden. Als Besonderheit werden zwei kleine und ebenfalls wasserdichte Rolltaschen für die Befestigung hinten außen mitgeliefert. Hier lässt sich Kleinkrams für unterwegs verstauen und ist somit auch schnell und einfach greifbar. Die kleinen Rolltaschen werden über eine elastische Kunststoffhalterung an die Tasche angehängt. Mit dem reflektierenden und wasserdichten O-Bag ist man bestens für den Alltag gerüstet. Dieses Modell kostet knapp 300 Euro. und am Schaffensbügel wird. mm Bild oder 0 0 0 0 0 0 Vielen Dank.